Hallo, und da sind wir wieder zurück und bringen den das Kometenherz irgendwo hin. Ich hoffe doch, dass das hierhin kommt. Ne, das kommt hierhin. Okay, übrigens, wir spielen... Ja, und? Das ist richtig, wobei wir ja noch nicht wissen, was mit Ian los ist. Klar, sehr gerne. Natürlich, sehr gerne. So, für, falls ihr gerade erst eingestiegen seid, wir bearbeiten Nevertales. Bearbeiten es gut. Der Vergessene Held. Ein Wimmelbildspiel. Und, ja, ihr seht schon, was hier los ist. Alles klar. Rinn in die Butze. Okay, das muss das Buch-Emblem sein. Oh, mein humboldtes Haus hat einen Besitzer. Willkommen. Was kann ich für Sie tun? Ja, Hallöchen. Guten Tag. Ich bin mir nicht sicher, ich hätte gerne das Herz. Der Stein herz. Ich kann es nicht nur dir geben. Es ist mein schönes Werk. Ja, deswegen habe ich ja Interesse daran. Ey. Was ist da los? Ich sehe, dass du das Meteor-Schein zu überleben hast. Cool, gell? Ja, du hörst dich komisch an. Was ist da los? Geh ein kurzer Blick auf dich, Stonemason. Es ist die letzte Sache, die du noch nie sehen kannst. Ah, oh, meine Augen. Ich kann es nicht sehen. Bitte, hilf mir. Mein Junge ist ein Wälder. Vielleicht kann sein Spellbuch mir helfen. Oh, das Spellbuch muss immer in seiner Tauern sein. Oh, okay. Ian ist bereits weg. Ich kann nicht nur den Stein herz und verlassen. Ich sollte den Stein-Mason helfen. um in den Stücke zu brechen. Ich brauche ein Werkzeug. Dafür wird wohl die Spitzangeburt sein. Cool. Gotcha. Sonst noch was? Äh, sonst noch was? Lass es sehen. Alt, was ist das da? Eine Kugel. Runder Stein. Na, sieh mal an. So, was haben wir denn hier? Haus für Steinmetz. Ich seh mich nur mal um. Ich bin, mach auch nichts kaputt. Ehrlich. Okay. Da brennt ein Feuer. Ganz kuschelig eigentlich, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir noch zwei von den Dingen. Jetzt ein Tiger. Ja, Tiger. Noch in der falschen Reihenfolge, ne? Aber okay, das kriegen wir schon hin. So, was macht er denn da? Okay. Das Gipspulver. Zur Herstellung von Statuen mit Hilfe von Gipsformen. Gipspulver, Schütte, Wasser. Und dann kann man daraus was machen. Okay. Das heißt, wir stecken den jetzt einfach da rein. Tatsache. Wollen wir aber noch was zum Zermallen, ne? Oh, warte mal. Geht das mit dem Stein? Es geht. Gut. So weit, so gut. Das ist schon mal in Ordnung. Okay. Das müssen wir jetzt mit Wasser mischen. Und dann brauchen wir hier die... Diese... Was ist das? Ja. Und dann brauchen wir hier diese Form. Und hier fehlt auch noch was, wie ich gerade sehe. Okay. Cool. Was ist das mit den Händen auf sich? Oh! Mensch. Ich wollte eigentlich nur die Hand anklicken. Stattdessen wimmeln. Flasche, Schwert und Diadem. Lederhandwand. Flasche, Schwert, Diadem. Das ist eine... Das ist keine... Das ist keine Diadem. Das ist eine Krone. Flasche, Schwert. Lederhandwand, Notenschlüssel, Picknickdecke. Äh... Ist das die Picknickdecke? Was war hier? Da kann ich... Oh! Habe ich gar nicht gesehen. Sorry, da war ich jetzt zu schnell. Ups! Lederhandwand, Notenschlüssel, Picknickdecke. Lederhandwand, Notenschlüssel. Hier kann ich auch schon wieder was machen. Ich suche vielleicht erst mal die anderen Sachen. Und das Schwert. Ähm... Ne, ne, ne. Schwert, Lederhandwand. Nein. Picknickdecke? Okay. Lederhandwand. Notenschlüssel. Schwert. Da ist das Schwert. Das ist eher ein Regen als... Naja, okay. Schwert meinetwegen. Ähm... Lederhandwand und Notenschlüssel. Wo ist der? Lederhandwand und Notenschlüssel. Da ist der Notenschlüssel. Und das Lederhandwand haben wir... Ist das das? Ja. Gut. So. Was konnten wir denn hier mitmachen? Da ist der O-Ring dran. Sehr cool. Gut. Okay. Die Uhr. Da können wir jetzt mal... Was brauchen wir denn noch alles? Äh... Klebertreibe Kaffeemühle. Halt. Was ist das hier? Äh... Da kann ich irgendwas mit ausstampsen, ne? Da oben? Ja. Guck an. Schmetterling. Hey. Okay. So. Dort. Nix. 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 Da ist die Kaffeemühle. Sehr gut. Kleeblatt und Reibe. Versteht sich doch auch nicht. Wo ist die Reibe? Und jetzt brauchen wir nur noch das Kleeblatt. Na? Aha. Wo steckst du denn? Kleeblättchen. Hä? Quatsch. Da. Aha. Yay. Schubladenknauf. Juhu. Wir haben ihn gefunden. Hey. Der Schubladenknauf. Hör dich. Der kommt hier dran. Yay. Zack. So. Da ist ein Mages mit. Und dich auch. Cool. Okay. Die Pfeile ist da dran. Oh. Gipspulver. Alles klar. Und hier kann mir das dann wahrscheinlich brennen. Ist ja ein bisschen heiß. Ja. Das heißt es. So. Hm. 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 Damit haben wir flüssigen Gips. Könnte ich dir noch was mitmachen. Hier kann ich schnell Wasser zu kochen bringen. Hm. Scheint mir nochmal nötig zu werden. Aber gut. So. Was haben wir da oben? Alles hier ist... Ach. Da geht's nur gleich zurück. Okay. Ah. Da. Hahaha. Okay. Vor dem Stück. Aber okay. Können wir nicht zusammensetzen. Oder die. Und müssen es rupfen. Okay. Entschuldigung. Bin wieder da. So. Das setzen wir noch ein. Das ist völlig vergescht. Das ist der Irfan Bitch. Gut. Aber mehr können wir da im Moment nicht machen. Na Kumpel? Alles klar? So. Okay. Was ist denn hier? Da fehlt ein Rabe. In Ordnung. Okay. Und was haben wir dort? Ah. Damit können wir das Rätsel nicht helfen. Bäh. Dem Löwen fehlt der halbe Kopf. Und der Drache ist wütend. Hm. Hm. Ich kann schon verstehen, wieso. So. Was sollen wir denn hier jetzt machen? Erneut Hilfe. Setze Holztafel A so zusammen, dass ich mit jeder Spalte B die richtigen Tiere finde. Klar. Okay. Kriege ich hin. Gut. Also. Leather. Das geht nicht. Hä? Ach so. Ach so. Ach, das ist so ein, so ein Dings. Okay. Ja. In Ordnung. Okay. Hier kommt aber sicherlich noch eins dazwischen, oder? Aber welcher? Wenn ich jetzt das da hinpacke? Welcher könnte denn da oben? Ach, hier. Die da, ne? Okay. Ja, ist gut. Der Hirsch. So. Ach, das geht schon gar nicht mehr. Na, toll. Okay. Gut. Da muss ich den Hirsch eben erst mal hier hinbringen. Du kommst da hin. Du bist da geparkt. Okay. Ach, die war anders. Das muss ich auch gleich ran. So. Du kommst da hin. Wunderbar. Ach, das geht gar nicht. Ja, ist ja fabelhaft. Okay. Dann müssen wir das anders machen. Dann setzen wir dich so rum. Dich hier hin. Du da hin. Du hier hin. Dann hast du dort Platz. Na, 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 na. So. Der ist schon mal... Der ist nicht fertig. Oder? Ich meine, es passt theoretisch, aber... Sieht irgendwie komisch aus. Gut. Ähm, weiter. Ja. Schon okay. Du kommst da hin. So. Jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass der... Elefant... Das muss wohl dieses Ding hier sein. Ja, sie passt leider nicht. Doch, denke schon. Du kommst erstmal nach da unten. Und dann hier hin. Ach, wie eh. Das wird jetzt ein bisschen Fummelei. Gut. Du kommst da hin. Toll. Dich müssen wir da hin schaffen. Also, dann machen wir das doch so. Sortieren wir dich erstmal um. Ähm... Ach, was soll's? Okay. Der muss da hin. Mist. Kriege ich das hin? Ich krieg's hin. Alles klar. Ich krieg's hin. Ist ja ganz easy. So. Dort. Äh... Du da. Du da. Du da. Du da. Du da. Und du da. Juhu. Okay. Was? Wo ist denn das jetzt raus? Das können wir sehen. Ach so. Das sind diese Zeichen da. Alles klar. Gut. Woops. Yay. Anleitung. Ähm... Okay. Jetzt kann ich dich auch zusammenfinden. Cool. Ich muss die Einzelte, aber ich weiß nicht welche. Hallo? Das ist ja wohl ganz einfach. Ach so. Okay. Dich. Das mit dem V. Dich. Das mit dem Kreuz. Dich. Und das mit dem Stecken. Dich. Das ist die Form für die Lebenkopfhälfte. So. Dann kann ich dich dort einspannen. Sehr gut. Was? Wir brauchen nur noch Werkstoffe. Ja. Guck mal. So schnell geht das. Wenn das mal nicht ein Hammer ist. Und das ist so. Die Lebenkopfhälfte. Und zwar genau die Hälfte, die hier fehlt. Unglaublich. So. Heißt das, ich kann... Ich darf jetzt rein. Wo ich darf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist sehr freundlich. Danke, Leute. Wo sind wir denn? Hier. Finde das Zauberbuch des Magiers. Hey, er scheint nicht zugegen, ne? Gucken wir jetzt mal hier, was es hier so gibt. Hey, hallo? Wie doof ist das denn? Zwei Dilien. Blaue Linien. Oh, nö. Der Ritter hat etwas in der Hand. Können wir jetzt abgeschlafen? Wie können wir nicht? Hm. Ist da oben? Da oben kommen wir da nicht ran. Er geht immer wieder dahin zurück. Schade. Gut. Hier ist also nichts mehr. Hm. Was ist hier? Äh. Ich brauche sieben Flammen, um das Fach zu öffnen. Aber was kann ich hier anzünden? Was? Wie bitte? Oh, da ist noch was. Okay. Ein Räucherstäbchen. Zündholz. Okay. Geh nicht. Was kann ich denn hier anzünden? Hm. Kann ich dich anzünden? Der hat etwas in der Hand. Hat er vielleicht den... Das hat er nicht gemacht. Okay. Ich geh erst mal raus. Ähm. Zwei, fünf, sieben. Ich muss den Argenstein mitzahlen. Gut. Wo komme ich hier weiter? Warum und das da? Ne. Ist denn hier noch was? Hier ist... Ja, ich kann die Wasser zum Koffer bringen. Toll. Ach, warte mal. Kann ich hier nicht mitnehmen? Ne. Irgendwas anderes? Ne. Okay. Leider nein. Kann ich das Feuerstückchen anzünden? Ich kann das Feuerstückchen anzünden. So weit, so gut. Alles klar. Dann... Lass uns hier mal zurückgehen. Und kann ich hier was... Ich kann immer noch nicht anzünden. Warum nicht? Hm. Zu doof. Nein, das ist nicht die Art von Ort. Um das Geheim zu fachen, braucht Helen etwas... Um das Geheimfach zu erfüllen. Keine Ahnung. Ein Messer? Äh... Das ist ein, mit dem man zur Zümer schafft. Das verstanden, hilft mir aber auch nicht weiter. Okay. Also es ist nicht das Messer. Fantastisch. Jetzt gehen hier ein Messer. Vorne. Kerzen. Ach so. Die Kerzen muss ich jetzt anzünden. Alles klar. So. Tada. Sieben Stück. Jawohl. Das Zauberbuch. So, dann lass uns mal gucken. Gute Erntezahler. Nö. Wiederherstellung. Jetzt haben wir schon besser. Damit kann ich die Augen des Steinmetzes heilen. Die Zutaten müssten auf dem Ritualaltar kombiniert werden. Silberstaub, Grabwurzel, Quellwasser, Brotus, Moos, Blaue, Linie. Damit haben wir schon angefangen. Salz und rote Feder. Achtung, Heiliger. Oh. Ja. Ich besorge alle Zutaten für den Zauber. Natürlich. Immerhin. Wir können den jetzt einsetzen. So, lass mich raten und Seiten tauschen. Platziere die Rahmen so, dass sie sich gegenüber sitzen. Achtung. Du kannst nur eine begrenzte Anzahl von Zügen. Und du kannst die Rahmen nur einen Schritt in die Richtung bewegen. oder über andere springen lassen. So. Das kann ich. Perfektes Ergebnis. Juhu. Äh. Was ist das denn? Oh. Das ist ja sehr freundlich. Vielen Dank. Was hast du denn da freigeschaufelt? Okay. Das ist rotes Moos, den ich für den Zauber brauche. Aber die Sichel ist noch stumpf. Hm. Gibt es da sonst noch irgendwas von? Nee, ne? Hm. Nee, noch nicht. Okay. Gut. Wir kommen wieder. Halt. Nein, 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 nein. Wir kommen wieder. Da. Schau mal. Ah. Nach einer blauen Linie. Keine Eier zum Frühstück. Aber eine rote Feder. Ausgezeichnet. Das Meer ist zu weit entfernt. Ich komme nicht an das Wasser. Hm. Er hat ja gesagt, dass es Salzwasser sein muss. Ach, warte mal. Finden wir hier auch blaue Linien? Da sind blaue Linien. Aber nicht die richtigen. Hm. Ich sehe hier auch keine anderen. Okay. Gut. Kannst du hier auch noch was tun? Hm. Hilfe. Danke schön. Apropos blaue Linien. Da haben wir wieder zwei. Juhu. Das wird doch was. Das ist dieser Altar. Eine Ranke. Die kann ich an dem Eimer befestigen. Sehr wohl. Ja. Gut. Und damit komme ich an mehr Wasser. Ich brauche das Rezept für den Wiederherstellungszauber. Klar. Habe ich dabei. So. So. Die rote Feder können wir doch schon mal da reinschmeißen. Können wir nicht? Können wir nicht. Äh. Oh. Achso. Okay. Rote Feder da rein. Das hast du ganz toll gemacht. Oh. Alter. Das wird ja unbeasät. Ja. Oh. 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 Hol dir erst mal. Oh. Entschuldigung. Und hier erst mal Wasser. Oh. Scheiße. Hey. Na. Komm schon. Ah. Alter ist das schwer. Okay. So. Das Wasser hat auch geschüttelt. Äh. Ach. Kochenes Wasser müsste es sein. Das ist Salzwasser. Mehr Wasser. Gut. Müssen wir erst abkochen. Einverstanden. Hier ist kein Wasser. Lass sie nicht verwenden können. Oh. Was hätte ich damit machen sollen? Aber ich hab dafür. Warum geht das eigentlich nicht? Das geht nicht. Achso. Ich muss erst den Griff austauschen. Okay. Verstanden. Ich hab mit das Schwert. Das ist mir ein Ding. Ähm. Haus des Steinmetz. So. Neue Wasser. Was? Hier kann ich Wasser zu kochen können. Okay. So. Auf ist er. Also. Auf alles was. Salz. Dafür hat es das gebraucht. Ach ja. Ganz logisch. Natürlich. Halt den. Ich würd. Nein. Ah. Jetzt vertauschen. Ich täusche mich hier. Ähm. Ich würde gerne hier. Wo. Warum kann ich den einmal nicht mehr nehmen? Ich muss doch irgendwo das Quellenwasser transportieren. Mist. Hab ich es jetzt etwa verrissen? Oh nein. Bitte sagen wir jetzt nicht. Ich hab's verrissen. Oh. So. Das Salz können wir schon mal abgeben. Na komm schon. So. Okay. Okay. So war jetzt so gut. Aber wie kann ich Küche denn jetzt das? Hast du jetzt ganz gut gut? Da ist noch eine Bibel. Oh. Das krieg ich hier mit transportiert. Aha. Yay. So. Ja. 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 So ist das richtig. Okay. Alles klar. So. Also. Quellwasser. Plätsch. Gut. Die Grabwurzel. Gut. Jetzt brauchen wir noch rotes Moos. und Silberstab. Und natürlich noch die Siebklinie. Hm. Aber wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da ran? Und warum kann ich hier so in die Nahtansicht gehen? Wo geht das? Nein. Guck mal, da fehlt so ein Ding, ne? Die dritte Blüte. Und da fass ich an. Warum können wir hier so dicht dran gehen? Aber es passiert nichts. Cool. Also schon. Das hat wohl im Moment zumindest noch nichts zu bedeuten. Da hinten sind wir wohl nicht. Hier ist das da. Da kommt der Rest hin. Nein, 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 nein. Hm. Ich komme immer wieder hin und zurück. Na gut. Karte. Alter, ich will hier zurückgehen. Steilmohr am Meer. Ja. Okay. Also ich denke, die besten Chancen sollen wir doch eigentlich haben, hier drüben halt der hat sich zu reparieren, oder? Aber... Nö. Nö, nix. Okay. Haus des Zaubers. Kommen wir dann zurück? Wir kommen zurück ins Arbeitszimmer. Da könnten wir auch mal irgendwas machen. Aber das Problem wäre, so wenn wir jetzt alles da haben. Ach so. Da sollte ich das Schwert in der Hand halten. Ja, natürlich. So rum war das. Ja. Aha. Ich nehme ich mit. Danke sehr. Da haben wir ja verblieben. Silber-Ornament. Da könnte ich jetzt Silber von abfeilen. Ah, okay. Ich habe das Silber. Das nehme ich auch. Und jetzt kann ich hier das reparieren. Die, sie ist leider zu stumpf. Jetzt geht das ernsthaft. Oh, das funktioniert vorher nicht. Sowas flücktes. Okay. Nein. Mensch, habe ich mich verjagt. So, okay. Gehen wir erstmal den Silberstaub da hinein. Und das Silberstaub, den weiß ich gar nicht. Und jetzt hier. Das Rotomus. Ah, okay. Das ist nicht genug. Sammeln. Sind wir halt zwei, aber noch? Ja. Vogel, Münzen, rote Blüten. Vogel. Münzen, rote Blüten. Oh, das war nicht mehr Rote Blüten. Das ist ja Rote Blüten. So, du kommst da immer ein Blüten. Okay. Münzen, Flasche, kaputter Grabstein. Flasche, kaputtes Ornament, Blätter, Sack. Moment, nee, das ist nicht das Rote. Auch nicht, auch nicht. Da hinten. Auch nicht. Kaputtes Ornament, Blätter, Sack. Da ist ein Sack. Ein Säcklack. Äh, welches ist denn jetzt das kaputte? Nee. Nee. Das ist ja alles kaputt. Nee. Das wäre das, das Ornament ist, da rüber rein könnte, ne? Alles sonst, Blätter. Blätter. Oh, okay. Und eine Steilkuhl. Nee. Aber das ist ja die Flasche. Okay. Steilkuhl ist da. So. Noch die Blätter. Und immer noch das kaputte Ornament. Hm. Und hier. Und, ah, da. Okay. So, und Blätter gibt es hier in der ganzen Rente. Aha. So, Hummers. Yay. Rotes Muss. Der geht. So. Das ist der Lauter Mois. Kommt da auch hinein. Und hier haben wir über uns die letzte Blätter. Wohl. Hier kommt er auch hinein. Das müsste alles. Wie, äh, nicht den Zauber jetzt an. Wir müssen wahrscheinlich die Römen finden, ne? E. Ja. So. So, dann das hier. Dann das. Okay. Dann das, äh, der Zauber. Äh, der Zau, der Zau, der Zau, der Zau ist hier. Und der Pfeil. Äh, ist dort. Und der Drachen. Ähm. Und gleich in so einem schicken Fläschchen verbrannt. Wie nett. Heiligen Steinmetz. Ja, selbstverständlich. Was sonst? So, Steinmetzchen. Guck mal hier. Du hast es. Ich kann es sehen. Cool, gell? Ich weiß nicht, wie du dir bedanken. Ich kann wieder auf meine Kunst arbeiten. Ja, wo du gerade drüber sprichst. This is my most prized piece. Please, take it. Oh, danke sehr. Das ist sehr lieb. Dankeschön. So, kehre mit dem Steinmetz in die reale Welt zurück. Alles klar. Well done. Oh. We only need one more centerpiece to break the seal on the book. Hm. Place it with the rest. Then we can discuss the last world you'll visit. Okay. Geht klar. Könnte es auch sein, dass er der Böse hier ist? Ich weiß es nicht. While you were away, I managed to fix the book Cerulean Peak. That's where you're going next. Einverstanden. The centerpiece we need is the chain of Prometheus I used to trap Ian. The Titan himself couldn't snap it. But a woman with a hacksaw made short work of it. Ähm. La 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 la. Anyway. That's the last piece we need to stop Ian. Good luck, Helen. Oh. Er kennt sogar unseren Namen. Ist ja interessant. Woher? Reise in die Geschichte der Blaue Hymne. Natürlich. Gerne. Zack. So. Und ab geht's. Und da sind wir. Oh. Mein Ziel ist seit oben. Aber wie komme ich dort hin? Finde die Kette des Prometheus. Unser Kumpel ist auch mit dabei. Das freut mich sehr. Oh gut. Mein Ziel ist seit oben. Oh. Ach, ich kann mir erstmal gar nichts anderes angucken. Oder was? Ähm. Achso. So kann ich das. Okay. Dich nehme ich mit. Was bist du? Böbelkalle. Cool. Ah. Da ist die Kette. There. It's the golden chain. The centerpiece. Ja. Äh. Nein. You're becoming quite a nuisance. Ich weiß. Das habe ich so an mir. Oh. Das war verdammt knapp. Ja. Dich nehme ich doch mit. Dich nehme ich mit. Gut. Das Fernrohr kann ich ohne Linse leider vergessen. Das macht nichts. Wir haben ja alles gesehen, was wir wollten. Oder es muss repariert werden. Fantastisch. Okay. Gut. Jetzt können wir uns hier auch weiter umsehen. Nehme ich da zum Beispiel. Das Brett. Und die Kette. Was ist hier? Hinter dem Felsen ist da ein Raum. Wie komme ich dorthin? So. Ich könnte ihn vergrößern. Oh. Alles gut. Mist. Der Flügelbrück war raus. Na toll. Ich nehme ich mit. Okay. 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 Spitzablauf. Fein. Diese Box nehme ich mit. Lässt sich nicht öffnen. So lange habe ich das vorhin geschlossen. Aber es wird mit einem Plus angezeigt. Ach so. Kann ich es abfeilen? Ah. Das geht. Das geht. Cool. Okay. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Und dich nehme ich mit. So. Inventar voll. Kabine. Noch ein Nagel. Und. Ne. Der Kästen selbst. Und kann ja noch was machen. Okay. Was steht denn da? Äh. Der Fähne. mit welchen Zeichen ich selber einen Gang setzen kann. Tja. Das sieht ganz so aus, ne? Was haben wir hier? Uh. Wieder ein Stück Kette. Teile der Kette. Okay. Ich habe die Teile der Kette. Das ist gut. Hier kann ich zusammensetzen. Aber erstmal. Lass mal gucken. Hier fehlt etwas. Ein Ornament in der Mitte. Habe ich sowas schon? Ich glaube nicht, ne? Dann lass uns mal die Kette zusammenfummeln. Äh. Karabiner. Yay. Was soll ich damit machen? Puh. Keine Ahnung. Hängst du dir um den Hals? Nein. Nein. Ach was. Ein Öl. Keine Ahnung. Ich weiß nur nicht, was ich damit mache. Aber guck mal. Es wird. Es wird geplust. Also. Ich kann da schon irgendwas mitmachen. Ich kann das. Weiß. Kette mithaken. Ich nehme nicht an, dass ich das hier. Doch. Ernsthaft? Wenn ich fest daran ziehe, kann ich den Fels entfernen. Wo bekomme ich ein zusätzliches Gewicht her? Oh. Der Eingang war versperrt. Aber nichts brachte sie auf eine Idee. Das ist richtig. So. Etwas schweres. Straßenlaterne ist schwer. Toten ist schwer. Fass ist... Geht so? Nein. Geröll? Auch nicht. Äh. Das Toten. Das müsste reichen. Jetzt muss ich die Kette befestigen. Okay. Ach guck mal. Da ist sogar... Da ist sogar was dran. So. Und jetzt? Oh, Ruedo. Ich habe die Kette mit dem Mund jetzt zugearbeitet. Es ist zu schwer, um sie umzuwerfen. Boah. Du bist aber auch ein Weichei, ey. Zeremonienmaske. Oh. Warte mal. Ich könnte den Boden einhüllen. Das geht nicht. Okay. Was haben wir hier eigentlich noch alles? Gar nichts. Nein. Hier schreit jemand. Warum? Okay. Irgendwas müsste doch hier funktionieren. Mit dem Nagel. Nein. Das Brett. Besser. Hier ist ein bisschen das Brett da drunter gekommen. Füße. Komm zu fassen. Oh. Biss um. Alles klar, Kleiner? Es hat tatsächlich funktioniert. Da sieht man einen an. Also. Rinn in die Butze. Okay. Das nehme ich schon mal. Das wird... Oh. Okay. Davon gibt es offensichtlich noch mehr. Zack. Zack. Nö. Da. Noch eins, zwei, drei. Noch drei. Nein. Was ist hier? Deckel scheint mit ein paar Symbolen. Aber wie kann... Aber wie kann... Aber ich kann sie kaum noch erkennen. Hm. Nö. Nö. Okay. 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 Ist für später. So. Hier. Ist das ein Hinweis? Irgendetwas... Ach, das hier Masken... Ach, hier sollen die fünf Masken liegen. Ja, natürlich. Okay. Ich brauche alle Masken. Na schön. So, dann kommst du da rein. Ich habe alle Symbolsteine. Aber hier fehlen noch welche, oder? Es fehlt immer noch ein Stein hier. Sage ich doch. Ha. Okay. Nein, nein. Was? Ist noch mal was? Hm. Keine Ahnung, was ich tun soll. Öl kann da rein. Okay, Öl ist schon mal drin, aber dummerweise haben wir keinen Streichhölz oder sowas. Hm. Kann ich ja nicht Streichhölz fokussieren. Nein. Okay. Nein. Tja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Da oben ist eine Fackel. Hier ist auch eine, können wir aber nicht nehmen. Hm. Tja. Oh, okay. Du funktionierst. Okay. Gut, ja. Aber das hebe ich mir für die nächste Folge auf. Ich müsste mal eben schnell... Ja, ich bin gleich wieder für euch da. Vielen Dank fürs Zuschauen schon mal und bis gleich. Tschüss. Tja. Tschüss. 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 Tja. Tschüss. Tja.